Ja, das ist die Hübecker Bucht. Kleiner Hauscharreuz. Und ich mache die mit dem Terminaler Strand. Wo ein Schiff liegt da. Das war ich mir das berühmte Haftkrug. Was wir früher schon immer uns lustig drüber gemacht haben. Ich habe jetzt einfach eine Mauer. Ich werde losziehen. Ich werde losziehen. Ich werde losziehen.